Oh, wen haben wir denn da? Boah, knappe Geschichte. Wow, und damit herzlich willkommen im Millenium-Falken. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Maas gar nicht gefallen. Alles drauf, was geht. Was haben wir denn hier noch schönes? Oh, da soll ich auch mal richtig schießen hier. Schön dahinter bleiben. Die Teils zerstören. Okay, wir kriegen andere Gesellschaft. Da kommen wir wieder ins Rennen. Ich bin noch ein bisschen rausgeflogen, um einen schönen Manöver hier wieder attackieren zu können. Bitte abschießen. Ja. Ich sehe ihn. Feuer. Alles klar. Danke, Alten. Ein Jäger weniger, der Ärger macht. So wird's gemacht. Sehr schön. Haben wir nochmal die Spezialfähigkeit aktiviert. Der Millenium-Falken soll ja ein bisschen verhaltet sein. So technisch. Aber er ist halt ultrasympathisch. Und wenn Han Solo das Ding fliegt, dann ist es eh die Sache gewesen. Okay, ich mach mal den hier. Den Ausriss mal kurz, bevor wir noch mehr Schaden bekommen. Wieso das Schiff hier nicht grundlos beschädigen? Das passiert mir ja schon so oft genug. Okay. Ach verdammt. Vielleicht mal die Raketen anwenden soll. Aber wäre auch fast Verschwendung. Okay, der ist hier unten irgendwo. Da vorne. Aufwand, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen hab ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger. Wir sehen uns dort. Mhm. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht hörst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer sie mit den Proiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er sie jetzt mag. Entfernen, Trupp. Schrif, ich hab sie nicht gesehen seit Lando sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt sie, Kumpel? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallast. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht weit. Das Flockenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken. Hab ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Das Schiff mag ich wirklich. Bespin. Oh. Oh. Wir kommen in der ganzen Stadt Nugscherwerfer. Hask wird im Turm des Aufsehers auf der Chinook Station sein. Dann bleiben wir wohl besser in den Wolken. Oh. 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 Paldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Und zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Wow. Sehen Sie sich diese Beldons an. Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Richtig krass. Wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte sechs Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Hörer Zweiflichen. Mir ging's eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber... hab ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxes sehen. So, Sam, mein Karpo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Und ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Wie krass. Dass man das auch mal sieht. Woher der Sprit kommt quasi. Was für riesige Dinger. Geil gemacht. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Nur um das nochmal zu zeigen. Gerade hier. Und jetzt mal Sneaky da rein. Sneaky Beaky. Ich bin froh, dass ich nicht selber landen musste. Hehehe. Ja, das könnte eine geile Mission werden, glaube ich, ja. Oh. Alter Schwede. Oh. Was für ein schönes Gerät. Husk wird im Turm des Aufsehers sein. Auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los mir nach. Schock haben wir noch auf der 3. Wie immer. Aber erstmal. Ich glaube, ich will die Granate lieber haben. Weil die Granate einfach immer am besten ist meiner Meinung nach. Langzeitbonus. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Cool. Nehmen wir gerne mit natürlich. Aber hier. Da will ich die Karten mal ein bisschen umändern. Und zwar. Da sieht man, wir haben schon sehr viel freigeschaltet. Weil ich mag halt. Hartnäckig ist auch ganz gut. Aber ich mag den Thermaldetonator. Was war das nochmal? Vor allem den Schaden durch Explosion und Toxine. Müssen wir auch alle mal. Komm. Die sind halt auch nicht schlecht, ne. Diese Dinger. Boah, das ist echt gut. All deine Fähigkeiten haben kürzere Ladezeiten und Schild. Und eine Frontkämpfer Serie brauchen wir nicht. Dann tun wir den Thermaldetonator. Sehr schön. Das ist der Optimum. Oder? Ich glaube, da können wir leben. Was soll man denn da schönes? Schöne Jacke hat er, ne? Schöne Jacke hat er, ne? Ach, der ist nicht down. Verdammt, der Take Down hat nicht funktioniert. War nicht gut. Okay, probieren wir mal was aus. Ich schieße irgendwie nicht. Ich muss aufladen, sag das doch. Ach. Ey, alter. Okay, vielleicht hätte ich die Waffe mal vorher ausprobieren sollen. Ähm. Ähm, äh. Gut, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Ah, okay, wenn man die Blut hält oder so. Man schießt nicht weiter. Ist gut zu wissen. Wie gesagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los mir nach. Wie immer. Auf sie der. Ja. Und das Attentat hat auch nicht funktioniert. Was soll denn da bitte los? So, die sind jetzt direkt von einem Badenstammstart oder was? Wum. Die echt immer kurz hintereinander feuern. Also war... nicht so ne geile Waffe ehrlich gesagt. Zack. Oh. Vorsichtig. Hier, nimm mal den, den Karten hier. So, vorsichtig bleiben. Hier in Deckung. Zack. Ja, mach den Blatt, man. Kurz den Schild. Einmal nachladen in Ruhe. Okay. Der ist auch umgenatzt worden. Oh, sind viele schwere Schützen jetzt hier. So ein wenig noch nicht so schnell drauf. Verdammt. Finger verbrannt. Ich will mal kurz das Schild nutzen. Ich muss vielleicht aufpassen. Ich stehe mich grad noch nicht optimal an mit der Waffe. Okay. Ich dranzoomen. Und schön. So. So. Da muss der also laufen. Oh. Oh, verdammt. Und da sind auch super viele noch irgendwie. Jetzt immer schön einen Schuss nach dem anderen. Muss ich mich noch ein bisschen an die Waffe gewöhnen, oder das wird schon. Kann auch in die Luft fliegen eigentlich. So. Und den blauen Bereich auch mal bekommen. Okay. Auf jeden Fall ist es zu denn da noch. Da kriegt noch einer raus. Okay. Okay. Das ist so ein bisschen wie so ein Scharfschützengewehr zu behandeln, das Ding. Und den ich da nicht unbedingt die Nahkampfwaffe. Deswegen hatten die wahrscheinlich auch Vollenkämpfer Serie automatisch aktiviert. Okay. Und da hab ich riesig mitiente Written eingeladen. Komm, da hinten ist auch noch einer. Ist auch so ein Scharpie. Der liegt nur. Fuck. F**k. Verbuddelt. Der ist aber down. Schön. Es hat dann doch gut funktioniert am Ende. Das hat dann doch gut funktioniert noch am Ende. Scheiße. Ohne Ranzoomen ist ja nicht viel. Okay, ich renne mal wieder darüber. Ich hole die dahin, wo ich mich gut verschanzt hatte. Dann kann ich die ja aus der Entfernung schön wegsteppen. Beim Nahkampf sind wir jetzt nicht unbedingt im Vorteil mit der Auslösung, die wir jetzt hier haben. Komm, machen wir dem Ding keinen Schaden. So, dann machen wir es halt von hier. Schön. Guter Treffer. Oh, oh. Komm, der hebt sich doch wieder, oder? Was für ein abgefucktes Kerlchen. Ich dachte, die werfen eine zurück aus Blut. Warte mal, hier können wir die Feuermodi ändern, ne? Muss ich auch mal aufschönen. Ah, okay. Verstehe. Das ist jetzt richtig so. Nee, das ist... Irgendwie checke ich's nicht. Kämpft lieber so, Leute. Wir haben mehr Waffe, als erwartet. Wirklich einfach zu hast zu kommen. Ah. Okay, man muss die Waffe aufladen. Das habe ich im Eifer des Gefechts nicht mitbekommen. Aber ja, nix. Das machen wir beim nächsten Mal dann. So, die Feuermodi. Interessant. So, jetzt sind wir hier beim Lift. Ich hab ne Idee. Wird Ihnen nicht gefallen? Okay. Wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Das ist Bewegung. Heiliger. Er hat die Sequenz reingeladen. Bereitwachen da. Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Okay. Jetzt müssen wir echt auf der Spur zu Hask. Und wir gehen jetzt hier als Sturmtruppe rein, sodass wir angeblich nicht auffallen. Tja. Das weckt Erinnerungen. Oh ja. Der Turm des Aufseher fliegt vor uns. Hask müsste ganz oben sein. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Vielleicht doch nicht einfach so an den Leuten vorbeilatschen. Die Besetzung des Imperiums schlimmer geworden. Das könnten wir sein, euch. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Wardos getan haben. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht. Leuten Hoffnung gegeben. Ja. Und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Hask. Ja, Bespin heißt der Planet nicht. Bespin, wie ich es vorhin gesagt hatte. Bitte demütig zum Vergeben. Für diesen Fauxpas. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ach, das Imperium flieht. Hey, was quatschen wir da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Ja, das dürfen wir. Macht des Imperiums bewundern, kommt immer gut an. Ich finde die Stormtrooper sehen cool aus. Ich finde die Rüstung sehen richtig cool aus, immer noch. Das ist Gouverneur Arnhals scheut. Er hätte den Aufstand sofort niederschlagen. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Hask. Wir haben die Kauros in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ging, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie weit, beiden. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Der ist schon extra gekommen, oder? Hask erreicht. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nichts zur Hölle, sollen wir das denn hinkriegen? Dieser Sternenzerstörer. Das muss Hask sein. So viel dazu. Achtung! Weg hier. Runter von der Plattform. Okay, Schussmodus wechseln und dann probieren wir das mal. Ah, oder nicht. Wir haben so viele Truppler an unserer Position. Boah, voll verfehlt. Bam. Hier immer schön aufladen und... Bam. Ich muss sagen, ich finde den anderen Modus trotzdem besser. Das werden immer mehr. Verdammt. Ich habe nicht viele erwischt. Ich hätte besser laufen müssen. Komm ruhig hoch. Komm ruhig hoch. Dann mache ich den mal nach. Nimmst der da einfach um die Ecke. Okay, ich dachte. Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Oh, jetzt will ich meinen Fernseher abschalten. Super. Immer eine gute Sache. Oh nein, die wollte ich gar nicht werfen. Na egal. Können wir gleich wieder. So, hier können wir nicht lang. Okay, da vorne. Wird vielleicht 10 Uhr aus dem Weg. Aber hier. Komm. Komm, Del. Was jetzt? Hask war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Hüter sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Sie suchen noch nach uns. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Alles klar. Okay, wir machen mal lieber von hier einen Angriff. Nee, nee, das war nix. Das war nix, Kleiner. Die kommen da angelaufen. Da kommt der, Meldes. Verdammt. Jetzt aber. Wunderbar. Jetzt müssen die Nächsten. Ja, wunderbar. Den kriegen wir auch noch platt. Haha, vor die Füße gedonnert. Noch eine. Komm. Komm. Verdammt, wo ist der Dell? Ich dachte, der kamert mich links. Verdammte Scheiße, ey. Da brauchen wir auf jeden Fall was Dickeres. Oder? Scheiße. Und nochmal jetzt einmal nach oben. Und boom. Der hat schon viel Schaden gemacht, oder? Ja, so kriegen wir den theoretisch platt. Doch, nein. Knapp war fehl, die Idiot. Der hat aber irgendwer noch Raketenwerfer oder sowas. Aber so schon, ne? Das war erstmal aus dem Herzen da vorne. Wo ist der? Ah, da hinten. Der Raketenwerfer hat dich verraten, mein Lieber. Vorsicht, da fliegt noch ein Raketen. Ist da nebenan noch einer gewesen? Also hier die Position ist ganz gut. Wir haben einiges gegeben. Kommt noch ein Granetchen dazwischen durch? Muss auch Schaden machen. Cool. Dreh da sich um. Und nochmal. Und alles rein, was geht. Bam. Weil er hat gesessen. Kurz mal ausharren. Lebensenergie zusammen rüdeln. Und weiter geht die Reise. Er dreht sich irgendwie um, wenn ich den treffe. Was sehr praktisch ist. Jetzt alles aufladen, was geht. Und rein. Und rein. Nicht mehr Fehler haben wir. Bam. Das war eine gute Stellung. Was hat er das überlebt? Der Schreinepriester. Den aber nicht. Der war ein richtig Grillmaster 3000. Da vorne ist noch einer. Komm raus, komm raus, komm raus. Woher immer du bist. Ich schreibe mal wieder den Feuermodus. So ein bisschen Sturmtruppen ist es nicht nötig. So ein bisschen Passiv spielen gerade. Wir wissen, es ist keine leichte Situation unbedingt. So rennen wir mal nach unten. Das muss ich dann zum Problem werden. Aber ich habe immer die ganze Zeit drüber geschossen, oder was? Dämlich. Irgendwie können sie nur das Geländer. Oh, der kommt zu uns. Das ist immer noch ein richtig taffer Fight. Wir müssen uns erstmal hier ordentlich raus manövieren. Habe ich ihn bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der lebt gerade nicht. Jetzt nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Boah. Fiese Aktion. Aber es ist nicht so schlimm jetzt gerade. Jetzt ziehen wir weiter. Wir haben auf jeden Fall einiges dezimiert. Einige weggeschaltet. Zu zweit. Du bist dieser Scharfschütze. Der Jäger voraus. Schön. Das ist perfekt. Und sie fliegen weg. Komm schon. Scheiße. Feindlicher Offizier. Wo ist das doch? Da bist du. Ich habe den irgendwie nicht gesehen gerade. Weil so irritiert. Okay, Leute. Mann, 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 Mann. Ey, das wird wieder eine Folge. Und das war wieder eine Folge. Und in der nächsten... Dann geht es in alter Frische weiter. Mit diesem wunderbaren Gefecht. Das waren alle. Schuchen wir jetzt das Schiff. Oh, Moment. Ne, das waren doch noch nicht alle. Die machen... Die, 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 die... Und auch noch mit. Zack. Das ist dein Schiff. Na schön. Ich kann gerade nichts sehen. Ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Oder haben wir Feierabend? Na, dann machen wir doch mal Feierabend für heute. Und sehen uns wieder in der nächsten Episode von... Alter, gibt's ja wirklich... Und der hat zweimal verfehlt im Run. So. Da haben wir es zum Abschluss gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Untertitelung des ZDF für funk, 2017